Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman, Ark of Asylum. Ich hab immer noch den Lachflash von der Skate-Folge gerade. Oh Mann ey, das war einfach zu geil. Normalerweise wollte ich ja eigentlich auch nur die Skate-Folge heute aufnehmen, aber da die einfach so geil war, hab ich gedacht, ach komm, dann nimmst du heute noch Batman auf. Und wir sehen gerade einen sehr, sehr schönen Sixpack. Ja, und wir müssen uns einen Weg hier durchsparen. Und ich hab jetzt schon keine, also okay, hier runter. Und zwar müssen wir hier außen hergehen, bis zu dem Punkt, wo wir nicht mehr können, so wie hier. Und was müssen wir dann machen? Ganz einfach, wir nehmen uns das neue Ding und machen einmal Pam. Du 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 du, so. Und das müssen wir jetzt, glaube ich, zweimal machen. Ach du Kacke. Ich komme mir jetzt schon mehr klar. Kann ich da hin? Ich glaube ja. Du 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 du. Okay. War knapp, war knapp. Ah, erstmal, wird Haar aus dem Gesicht. Und dann müssen wir mit dem Aaron, Aaron reden. Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen. Aber... Es gibt immer ein aber. Oder? Wo halten Sie Killer Croc? Ich habe eine Führung der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Kleistar rein und versuchen ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Okay. Wir kommen also nicht da rein, oder wir gehen. Wir müssen sogar da reinklinken. Naja, okay. Warum nicht? Ich mache es ja auch jeden Tag bei den Nachbarn. Achso, okay. Ich wollte gerade schon sagen, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Aber ich habe es verstanden. Ja, komm. Wo ist man... Da ist mein Teil. So, und du 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 du. Naja, toll. Egal. Hoch. Achso. Achso. Achso, ich muss ja runter. Hahaha. Ihr seid so witzig. Hahaha. Oh Mann. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ich glaube, ich hätte hier bleiben müssen. Ja, natürlich. Und dann da runter. Ey. Da war... Ey, das habt ihr doch wohl gesehen. Da war kein Qualm oder Rauch oder was das auch immer ist. Nein. Bad, 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 bad man. Ich stelle dir zwar die Frage zum hundertsten Mal, aber was kannst du eigentlich? Jetzt war ich ganz im Ernst. Kann ich das hier machen? Ne, kann ich natürlich nicht. Bad, bad man. Gott ey. Reg mich nicht so auf. Jetzt war ich ganz im Ernst, mein Junge. Oh, oh, oh. Mein Gott, wie will ich denn da hinkommen? Hallo, ihr seid doch Asso. Mein Gott. Wo steht es? Es hat Lüftung schmacht. Ne. Ich nehme jetzt mal hier, die Seite. Ah, ich habe doch gedenkt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Oh, 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 oh. Gut gemacht. Huh. Und wie komme ich jetzt da wieder hoch? Hä? Ich würde sagen, ich war einfach durch, oder? Da. Ja. Ja, genau, Batman. Ich bin am Ziel, oder? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin am Ziel. Na dann. Ne, ich... Ah. Ah, aber danke, Batman. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie... Da wäre ich im Leben die draufgekommen, doch. Irgendwann schon. So, in zwei bis dreihundert Jahren. Ah, draußen. Oh, ich hoffe, diese Folge kommt noch kein Killer Quark, weil, äh... Dafür, die brauche ich auch auf jeden Fall eine Folge. Aber erstes, weil es der verdammt schwer. Ah, sind erst mal gucken. Es sind hier Gegner. Zehn Gegner geordnet, zehn unbewaffnet. Titan ist ein Krüppel. Hä, was musst du denn hier? Jetzt mal ganz im Ernst, was macht der hier? Die stehen alle da hinten. Was sind das für Penner? Ich geh da jetzt hin. Ich will die alle umbringen. Da steht auch noch einer. Ja, den bringe ich zuerst um. Erst mal die Pflanze. Und dann den Krüppel. Normalerweise würde ich es ja sagen, Krüppel geht vor Pflanze, aber Pflanzen geben wir meistens mehr auf den Sack. Oh, ich habe eine Wand entdeckt. Oh, schön. Das bringt die 100% näher. Wir haben noch nicht mal 50%. Wisst ihr das? Wir haben gerade mal 37%. 37%. Das ist nix. Also ist das Spiel doch noch länger als erwartet. Oh, Zähne, Zähne. Oh, ich wäre beinahe an euch vorbeigelaufen, aber ich habe Reflexe. Reflexe. Noch mehr? Ja. Ja. Ach, egal. Was stehen die denn da alle auf einen Haufen, ey? Was habt ihr denn alle geraucht? Ja, super, toll, danke. Oh, der eine hat einen Elektroschock, aber ich weiß nicht wer. Der hat einen, okay. Okay. Okay, den mit dem Elektroschocker habe ich schon mal weg. Habe ich nämlich am Ton gehört, auch wenn der Ton zwar verschoben ist, habe ich den Elektroschocker gehört. Ich hoffe nur, dass keiner den aufhebt. Und mal wisst ihr was, ich mache den hier an. Komm schon. Das sind ja alles Security-Leute. Oder haben die sich nur verkleidet? Ha. Wow, das war gerade echt knapp. So, in den Rücken. Welche Richtung? Die nicht. Dann die andere. So, Tür auf. Ach, das war das. Das ist super. Wenn der da aufgekommen ist, schau ich das auch. Der war bestimmt schon von Anfang an da drin, du. Depp. Krüppel. Oh mein Gott. Sind hier noch mehr? Nee, sind hier echt. Krüppel. Aua. Ja, komm, da konnte ich nix. Ey, ich bin geschützt. Oh, ich bin da drauf hier. Hallo. Oh, da war ein Tonband. Bleib doch mal locker, Alter. Mann, Kletter-Batman. Oh Gott. Aua. Ja, komm, bring mich um. Ja, meine Fresse. Das ist doch nur ein verdammter Schafschütze. Ja, ich hab den Schafschütze gesehen. Ich will das überspringen. Ja, ich weiß es. Da war einer. Da ist einer. Meine Fresse. Aua. Ach, tschu. Hallo. Kannst du mal aufhören? Hallo, ey, du Penner, ey, jetzt. Hallo. Ist doch gut. Meine Fresse. Chill dein Leben. Ach, weiß ich jetzt. Wat? Ach so, das ist ein Schalbert daran. Ich würde eigentlich schildern. Den Selbststeuernden. So ist doch einiges leichter. So regelt man das. So regelt man das. Und zack. Huh, scheiß Schafschütze, ey. Hauptsache, ich bin drin. Wow. Oh, ruhig. Ich will gar nicht die Telefonrechnung wissen. Ach so, okay. Drücken, drücken, danke. Was gibt's denn hier drin, der Schönes? Na, jetzt bin ich hier. Ah, jetzt weiß ich, wo mir hinkommen. Das wird nicht gerade einfach, weil ihr kennt ja diese Speyer, wo man sich drauf verstecken kann. Und jetzt lernen die Gegner darauf zu schießen und die zerstören diese Speyer. Na, jetzt kommt schon wieder schöne Musik. Ja, genau, genau. Da war's. Seid ihr fertig? Habt ihr den Springstalk schon platziert? Jawohl. Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut. Testen wir sie mal. Nein, nein, ich bin doch hier. Ah! 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 Das wird ein Spaß, aber diesen Spaß, äh. Ja, den machen wir erst in der nächsten Folge von Batman Arkham Asylum. Ja, weil wir das, was auch unterwegs geht. Ja. Ich lo crabe mal.